Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 2019 und damit auch zur neuen Saison quasi. Also wir sind in der Vorbereitung. Ich habe schon wieder vergessen, das Spiel auf Deutsch zu stellen, sehe ich gerade. Geht schon wieder gut los. Ah, typisch. Ja, wir haben einiges vor. Wir wollen heute gleich loslegen. Ich wollte vorher nochmal ein bisschen die Statistiken anschauen. Wir haben aktuell sieben Spieler auf Länderspielreise. Die EM steht ja an. Für Dänemark sind Lasse Dahl und Nürres Trant nominiert. Für Frankreich, Nukio, für Portugal, Villas-Borce, für Wales ist Mefem dabei und für Serbien ist Mitrovic dabei. Für die Deutschland U20 beim Toulon-Tournament ist Racic dabei, der eh nicht mehr bei uns jetzt sein wird. Von daher ist er eh ausgeklammert. Ja, mal schauen, ob die sich gut beweisen können. Vor allem, ob Mitrovic vielleicht auch was zeigen kann und vielleicht seinen Marktwert erhöhen kann, damit wir ihn jetzt vielleicht besser verkaufen können. Das wäre ganz nice. Unsere Jugendakademie ist aufgewertet worden. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht auch damit dann zusammenhängt, wo wir reingestellt werden in die Liga. Also momentan waren wir die ganze Zeit immer in der U18 Division Freestyle, was auch immer. Wäre schön, ne? Unsere Jugend- und Trainingseinrichtungen werden neu ausgebaut. Das wollte ich ehrlich gesagt nicht, weil unsere Finanzen gar nicht so gut aussahen jetzt die letzten Wochen und Monate. Aber wird gemacht. Die Saisonvorbereitung beginnt am 1. Juli. Und sonst, ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir bitte nächstes Jahr Champions League wieder erreichen wollen. Haben sie alle zugestimmt. Ja, unser Saisonrückblick. Äh, Saison 11 ist diese hier. Würde ich größtenteils so unterschreiben bis auf Mason Mount, aber, naja gut. Neuzugang der Saison ist vieler Spores. Talent der Saison, ja. Nukio und Spieler der Saison auch knapp vor Pana. Tore der Saison war von Mula im Spiel gegen Villarreal. War das der Kunstschuss, der irgendwie reingegangen ist und keiner weiß wie. Gucken wir mal kurz vorbei. Aber ich glaube ja. So, da ist Mula. Jupp. Ja, das war ein schönes Tor. Sonst, die meisten Tore, das wussten wir so oder so schon, dass die Nukio gemacht hat. Die beste Durchschnittsweitung auch. Pana, die meisten Vorlagen. Die beste Passquote hat Galliardini gehabt. Am häufigsten Mann auf dem Match wurde Panagopoulos mit 10 Mal. Die meisten Gamekarten wussten wir auch. Und Jim Pam halt diese eine rote Karte, die er gegen Mann City geholt hat. Hätte sich auch spannen können, ne? Die beste Hälfte aller Zeiten sieht mittlerweile so aus. Matty Taylor als 10er wird bestimmt richtig gut gehen. Ben Thompson und Sanson auf der Doppelsex. Mathem, Oscar, Jill auf der Innenverteidigerposition. Ja, da geht noch. Da ist noch einiges an Luft nach oben, ne? Drin. Unser Datenanalysezentrum wird auch ausgebaut für 2,7 Millionen. Lee hat gesagt, dass er keinen Bock hat, bei mir zu bleiben, weil er halt keine Spielzeit bekommt. Deswegen habe ich gesagt, Junge, wir können dich auch verkaufen. Habe ein paar Angebote bekommen für Walker, alle angenommen. Und auch für Mathwin haben wir auch alles angenommen. Boni ausgezahlt für Team of the Year an Nukio und auch die Torstützenkönigprämie hat er 2 Millionen von uns bekommen. PFA Premier League Team of the Year sieht so aus. Nukio drin, Mathwin drin und Thorne drin. Der Rest ein bisschen City, Martial Salah und Alexander Arnold. PFA Young Player of the Year wurde Panagopoulos und Golden Boot wurde, äh, oder Sieger natürlich, wurde, wer hätte es gedacht? Nukio, das hat sich ja schon ein bisschen angedeutet. Ja, und das war es dann schon mit den News. Ich habe meine Shortlisten schön organisiert, aber ich würde gerne noch ein bisschen warten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir, ich zeige euch die ganze mal, ja. Also, ich habe versucht, überall das zu reduzieren auf 10 bis 20 Spielern. Das sind halt die Positionen, die wir gerne haben wollen. Die Positionen, die momentan eingeplant sind, sehen so aus. Das Einzige, was sich jetzt hier noch ändern kann, okay, weiß ich nicht so aus, ähm, ist eigentlich nur, dass wir vielleicht Lasse Dahl doch behalten. Das kommt dann aber auch ganz auf seine Vorbereitung an und ob wir halt genug Geld bekommen im, im, äh, Zuge des Verkaufes von anderen Spielern. Ob wir dann halt genug Geld am Ende für den Linksverteidiger haben. Also, wir müssen ordentlich was machen. Wir haben gesehen, einen U22-RM, U22-ZOM, sowie einen Stamm-ZOM. Hier werde ich wohl Galliardini noch reinhauen. Dann brauchen wir hier einen Stammspieler, einen U22-Spieler, hier noch einen U22-Spieler. Hier gucken wir mal. Hier würde ich gerne zwei Stamm-Inverteidiger nochmal holen, je nachdem, wie das Geld ausschaut. Stamm und dann vielleicht Hillman oder doch einen U22 noch und Keeper bleibt so. Also haben wirklich ordentlich was vor. Und, äh, deshalb brauchen wir auch noch viel Geld. Und da sind die 60 Millionen knapp, äh, ein bisschen zu wenig. Und wie ihr seht, gut, hier geht das noch mit den Ablösesummen, weil wir könnten zum Beispiel David Martin und Avian für etwas weniger Geld bekommen als sonst. Aber hier wird's dann schon wieder echt utopisch in Sachen Ablösesummen. Und wir wollen ja wirklich was Krasses holen. Und ich glaube, da müssen wir warten, bis mal ein Spieler auf die Transferliste kommt. Weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen, hier sind vier Spieler von Paris drauf, dass die irgendwann mal sagen, okay, wir geben einen ab, weil's einfach zu viel ist. Und da können wir uns vielleicht Schlager holen oder Aya oder Golovin oder Rabiot. Für eben nicht so extrem viel Geld, weil die den halt auch loswerden wollen. In Sachen Gehalten müssen wir dieses Jahr so oder so aufstocken. Das, da kommen wir nicht drum rum. Haben jetzt lange Zeit genug. Das geschafft, dass unser Gehaltsetat wirklich sehr niedrig ist. Im Gegensatz zu anderen, gucken wir mal kurz drauf auf die Statistik. Also, Gelder pro Jahr sind wir auf Platz 19. Also, komplett gegensätzlich zu unserem Endplatz in der Liga. Oder, wenn man hier sieht, dass ähnliche Vereine auf unserem Stärkestand, sag ich mal, halt 140 Millionen mehr im Jahr ausgeben, ist das einfach meilenweit ein Unterschied. Und das Ding ist halt auch, genau deswegen meinte ich auch, dass das unfassbar wenig Geld ist in Relation zu denen hier halt, welches wir bekommen haben. Weil mit dem Geld, welches wir jetzt bekommen haben, da können wir nichts anfangen in Sachen Gehaltsetat. Da werden wir vielleicht auf Platz 17 kommen, maximal, aber wirklich viel weiter kommen wir da auch nicht. Ich meine, wir möchten jetzt hier auch nicht so hoch kommen. Eigentlich, das ist ja genau das, was wir nicht wollen, aber... Trotzdem, wenn man bedenkt, wie viel zum Beispiel, sagen wir mal, West Ham ausgeben kann, oder Wolverhampton. Gut, Wolverhampton ist vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, Watford, ja? Wie viel Watford ausgeben kann, im Gegensatz zu uns. Ist das schon echt krass. Also, da müssen wir mehr machen und hoffentlich hilft das Champions League. Geld dann in diesem Jahr sehr viel. Wäre jedenfalls sehr wünschenswert. Ja, und wie gesagt, wir müssen halt bei den meisten erstmal warten. Wir gucken ab und zu mal rein, aber... An sich würde ich jetzt die ersten zwei Wochen noch nichts machen in Sachen Transfers, sondern erstmal abwarten, ob vielleicht irgendjemand auf die Transferliste kommt. Der Stuhl von Mourinho wackelt weiterhin sehr. Mal schauen, was denn im FA Cup-Finale gleich passiert. Das Ganze wird am 18. Mai, sprich heute, stattfinden. Ich glaube, wenn United gewinnt, dann wird man bleiben können. Also, wird Mourinho bleiben, aber ansonsten glaube ich nicht. Ich habe übrigens noch mit vielen Scouts und generell mit Mitarbeitern verlängert. Nicht bei den Coaches bisher, sondern nur erstmal mit den Physios und Scouts und Datenanalysten. Nur damit ihr euch nicht wundert, warum gleich die ganzen News reinkommen. Ja, Transferausgaben in der Premier League. 74 Millionen. Was? Echt? So viel? Äh, nee. Nach was wird das gerechnet? Wenn es um die Gewinne geht. Okay. Aber wir haben noch gar nicht 74 Millionen ausgegeben. Ja, egal. Kein Bock jetzt danach zu gucken, warum die Statistik so aussieht und nicht anders. Auf jeden Fall Platz 16. Richtig stark. Auszeichnungen zum Ende der Saison haben wir geguckt. Das sind die Nummer, die Verträge ich habe. Übrigens erstmal alle aus der U23 zum Verkauf angeboten. Ich wollte jetzt mit der ersten Mannschaft noch warten. Bis auf Lee. Der hat jetzt seine Transfer-Anfrage eingereicht. Da konnte ich nichts machen. Damit wir halt nicht wieder den anderen Vereinen hinterherlaufen müssen. Am liebsten... Oh, United hat gewonnen. Am liebsten weiß ich mir sowieso, dass... Oh, Susa von Dortmund hat ein Auge auf Nokia geworfen. Aber mal ganz ehrlich... Nokia wird nicht für unter 250 Millionen wechseln. Der Typ ist... Eine... Krasse Übermaschine. Der wird nicht wechseln. So viel Geld hat kein Verein dieser Welt übrig, dass ich ihn verkaufen würde. Also wirklich, 250 ist auch wirklich das Mindestangebot. Selbst da würde ich noch verhandeln wollen. Weil der ist mir einfach so viel wert. Ich weiß, das klingt ein bisschen utopisch. Aber ganz ehrlich, der ist mir mehr wert, als mir Neymar bei Barca wert wäre. Und wenn der 222 Millionen wert ist, dann... Ja, ist Nokia halt mindestens eigentlich das Doppelte wert. Aber mal schauen, ne? Ich hoffe auch einfach so, dass unser Vorstand ihn dann nicht verkauft, weil dann... Wenn unser Vorstand wirklich Nokia verkauft, ohne meine Einwilligung, oder irgendwie... Ohne, dass ich was dagegen sagen kann, dann werde ich auf jeden Fall den Verein verlassen. Sofort. Sofort. Oh, wurde Mourinho doch gezündet? Ja, okay. Der durfte den FA Cup gewinnen und dann wurde er gezündet. Oder... Schon vorher? Nee, ganz... Ganz frisch heute, nach dem FA Cup. Das ist natürlich interessant, ne? Also, ich habe jetzt noch nicht die Folge veröffentlicht, wo ich letztens, oder gestern... Nicht gestern. Wo ich halt in der letzten Folge gesagt habe, dass es ja nochmal interessant wäre mit United, ne? Wir sind aber auch nicht Favorit, sondern Ancelotti ist Favorit, der momentan ohne Job ist. Das letzte Mal in der Premier League 2011 war. Mit Chelsea. Ja, mal gucken. Muss man jetzt noch nicht drüber spekulieren. Ich würde aber sagen, die jungen Spieler, die kann man sich jetzt schon mal anschauen, ne? Damit wir wenigstens etwas machen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die Spieler, die wir auf der U22-Liste haben, irgendwie für eine Million oder so anbieten werden, weil das macht kein Verein mit seinen Talenten. Von den Spielern, bei denen der Vertrag ausläuft, ist übrigens mittlerweile nur noch einer übrig gewesen, bevor ich ihn jetzt auch rausgehauen habe. Das war der russische Innenverteidiger, der aber richtig schlechte Technik hatte, weshalb ich ihn rausgenommen habe. Angel Gomez hat seinen Vertrag bei United verlängert bis 2028 und... Und Alenia hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert bei Napoli. Deshalb war da nichts mehr zu machen. So, unsere Einnahmenübersicht. Wir bekommen einen neuen Sponsor, der uns über fünf Jahre 13,75 Millionen gibt. Wir haben insgesamt sieben neue Verträge, haben insgesamt dann 11,5 Millionen pro Jahr. Sponsoren wurde deutlich mehr eingenommen, auch die Einrichtung zur Bewertung wurde deutlich mehr eingenommen. Haben mehr Speisen und Getränke verkauft. Preisgelder ist auch deutlicher umgeschossen, logischerweise. Fernsehgelder nur einen kleinen Ticken. Die meisten Trikots hat echt Lee verkauft. Das finde ich aber schön, weil das ist meiner Meinung nach auch realistisch. Weil es ist nämlich selten, dass ein asiatischer Spieler halt in einer richtig guten Liga kickt. Ich glaube auch Son ist ganz, ganz weit oben bei den Trikotverkäufen gewesen, bei den Spurs. Mittlerweile hat wahrscheinlich jeder Südkoreaner eins. Weil bei uns war es nämlich auch so. Das sind auch halt fucking Leute aus Südkorea extra zu HSV-Spielen, ja. Wir reden hier über HSV-Spiele, ja. Also so einen Scheißverein. Extra nach Hamburg geflogen, nur um halt Son zu sehen. Das ist halt richtig krass, weil es ist ja halt so gut. Südkorea ist vielleicht jetzt so von den asiatischen Ländern mit ganz oben in Sachen fußballerische Qualität mit Japan, würde ich sagen. Aber trotzdem, die sind dann halt richtig scharf auf so einen Typen, der halt gut kicken kann, ne. Und Lee, ja, ist klar, dass er gute Trikots verkauft. Nokia auf Platz 2 wundert mich auch nicht. Mula auf Platz 3, ja, hätte ich jetzt schon Panagopoulos erwartet. Der ist auf Platz 4 und Widas Boas ist auf Platz 5 bei unseren Trikotverkäufen. Haben insgesamt 53.272 Trikots verkauft. Schade, dass wir hier nicht eine genaue Zahl haben, ne. Aber gut, das ist halt... Ja, das wäre wahrscheinlich auch schlecht umzusetzen. Wie viel, warte mal, wenn wir davon ausgehen, dass ein Trikot ungefähr, sagen wir mal 85 Euro kostet, ne. Ist, glaube ich, normal. Also 85 mal 53.272, das sind 4,5 Millionen. Nicht schlecht, ne. Nicht schlecht. Logischerweise geht da halt viel ab, ne. Das würde mich ehrlich gesagt mal richtig interessieren, wie das berechnet wird, weil... In echt, klar, ne, zahlst du halt so und so viel Abschlag an den Ausrüster. Dann halt die ganzen... Ja gut, das ist ja... Wobei die Materialkosten und Herstellungskosten, die gehen wahrscheinlich auch an den Ausrüster, ne. Ich glaube, die zahlst du nicht separat. Was kommt dann noch weg? Wahrscheinlich gar nichts, oder? Wie viel bleibt dann vom Trikot übrig, was du bekommst? 20 Euro? 30 Euro? Von so 85 Euro Trikot müsste man sich mal durchlesen irgendwo. Neues Scouting-Budget, jup, passt. 802, äh, doch, 802 Euro wollte ich gerade sagen, aber 802.000 ist komplett richtig, war es auch letztes Jahr. Aber ich glaube, das... Also das finde ich halt, wie gesagt, richtig schön realistisch. Weil wenn ich mir zum Beispiel irgendeinen Chinesen holen würde, ne, der halt am besten auch gut ist, der würde auch sofort, glaube ich, auf Platz 1 gehen in den Trikotverkäufen. Ich habe mir leider bisher immer noch keinen Spieler im FM gehabt. Ich glaube, letztes Jahr haben sie alles eingeführt, der sich halt geoutet hat. Weil dann habe ich gehört, sollen die Trikotverkäufe auch richtig hoch schießen. Das wäre halt richtig nice. Am edelsten wäre das halt, wenn du ein Kack-Club bist und dann durch die Trikotverkäufe und den Hype halt so viel Einnahmen generieren könntest. Auch wenn man natürlich aus ethischer Sicht ungerne halt damit Geld machen würde, weil es ist halt nun mal nicht dazu gedacht, PR damit zu machen, sondern halt, damit man mal Akzeptanz hat und Toleranz. Aber wäre halt schon nice, ne, wenn man dafür auch ein bisschen Profit rausschlagen könnte. Aber gut, ist ein bisschen assi, das zu sagen, bin ich ganz ehrlich. Wirklich, ist ein bisschen sehr assi, das zu sagen, dass man da auch gerne Profit hat. Aber gut, ist ja ein Spiel, ne, ist ja ein Spiel. Also in echt ist es komplett anders. Aber würde mich mal interessieren, ne, was dann halt so passieren würde, wenn sich irgendein Spieler outen würde in der großen Liga. Ja, aber ich glaube, da sind wir leider immer noch super weit entfernt, weil es einfach keine Akzeptanz dafür auf sehr breiter Fläche gibt, glaube ich. Aber gut, ist ein anderes Thema, ist ein sehr, sehr schwerwiegendes Thema, was wir jetzt, glaube ich, lieber nicht diskutieren sollten, weil sonst können wir hier fünf Stunden sitzen. Walker und Mephen möchten nicht gehen, das finde ich ein bisschen sehr schade, weil die haben mal wieder absolut gar keine Zukunft bei uns. Das, was habe ich jetzt nicht verstehen können, dass die nicht wechseln wollen. Aber gut, so ein paar Scouting-Berichte sind durch. Ich, ah, da wollte ich gerade gucken. Ah, ich Idiot. So, wir gucken mal die U22 Shortlisten durch, ne. Also wir hätten hier nur Abejan und Martin bei den ZM U22, die dann Tapia ersetzen sollen. Ich habe übrigens hier auch endlich mal eine andere Übersicht gemacht, wo wir die ganzen Klauseln sehen. Also die Aufstiegsklausel ist bei Martin und Abejan halt niedrig. Wer hätte es gedacht, nachdem wir das gerade schon gesehen haben. Roberto Carlos ist hier auch dabei, den hatten wir schon ein paar Mal gesehen. Das Ding ist halt, er ist leider gar nicht so gut. Also wir haben generell hier nur sechs Spieler, die wohl vollständiges Potenzial haben. Ich habe die jetzt hier erstmal draufgelassen, um halt zu gucken. Da ist übrigens auch der Sergej Buschmin wieder drauf, aber ich glaube, den packe ich raus, weil der möchte mir einfach zu viel Geld haben. Und Stefan Zinn, glaube ich, auch mit dem galt. Hui. Kann bestimmt ein krasser Spieler werden, aber da werde ich dann halt mindestens 50 Millionen zahlen, wahrscheinlich. Okay. Mindestens 130. Wahrscheinlich eher mindestens 200. So, kann auch raus. Da soll jetzt ein Spieler halt kommen, der jetzt nicht so teuer ist, weil das sollte ein Stamm-ZM werden. Hm, was könnte man da machen? Abejan werde ich mal nochmal scouten. Der ist nur auf 93-prozentige Knowledge. Ist aber auch erst 16, also der wird es wohl nicht werden. Roberto Carlos wird auch leider erst 18 im März. Also den können wir uns auch erstmal sparen. Ich glaube, die kann ich dann auch gleich raushauen. Das wird dann nichts. Ich möchte ja sofort jemanden haben. Bei Martin, der wird auch erst im März 18, also kann der auch raus. Ja, und dann sieht es wieder richtig schön für uns aus, ne? Yannick Busch ist momentan verletzt. Fünf Wochen. Sechs Wochen bei Mike Bailey. Scheiße. Das ist auf jeden Fall anders vorgestellt jetzt. Mehmet Yit. Yit. Ja, ne? Yit. Yit. Sorry. Also Mehmet. Oh, der hat aber schöne Werte, ne? Oh, Determination könnte besser sein, aber sonst krass eigentlich. 21 Jahre alt, 1,77 groß. Ich liebe seinen Nachnamen jetzt schon. Jetzt bin ich ehrlich. Man spricht das G mit so einem... Ja, oben nicht wirklich richtig aus, so wie bei Genoan halt. Also sagst du ja eigentlich wirklich Yit, oder? Also ich... Please, irgendjemand, der Türkisch kann, spricht man das jetzt wirklich... Sprich wirklich Yit aus? Yit? Also klar, mit so einem kleinen Break dazwischen, aber es ist halt fucking Yit. What the fuck, ey? Ach, äh, der hat leider keine Ausschicks-Klausel. Würde ich gerne holen, aber weil der Werte echt cool aussehen. Mal im Vergleich mit Tapia, ne? Der ja leider gar nicht eingeschlagen hat, weil immer wenn er gespielt hat, war das irgendwie... ...hingerotzt, ne? Ja, sieht schon besser aus. Mental vor allem. Tapia ist auch schon 22. Da habe ich einen Fehler gemacht, ne? Hat ich dann in der... ...Rückblicke gesehen, als ich den verpflichtet hatte, den Tapia, dass ich da die... Zahl irgendwie... ...einen Zahlendreher hatte. Ich dachte nämlich eigentlich, er wäre der Jüngere, als ich ihn mit... Ich glaube Bushman war das sogar, verglichen habe, aber war nicht so. Okay, ich glaube, hier können wir dann erstmal wieder weggehen. Die RMs. Guck mal, da geht schon mal ein bisschen mehr, auch wenn es hier richtig teuer wird, aber ich glaube, hier können wir auch ein bisschen in die Tasche greifen. Vielleicht nicht unbedingt 53 Millionen, aber oh Gott, ist das teuer. Joshua von... Ah, Madrid ist eher ein Zehner. Das kann man wohl gleich vergessen. Wobei Antritt 17, Schattigkeit 13 ist okay. Habe ich den auch auf meiner ZM-Shortlist? Ja, sieht so aus. Dann nehme ich den hier mal raus. Teuer, 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 teuer. Okay, so viel zum Thema, dass die vielleicht billig werden könnten, ne? Eher nicht. Ich würde ja gerne Elis Navarro zurückholen, Der war so gut für mich. Wenig gespielt, aber dann immer Impact gehabt. Hat jetzt bei Inter wenig gespielt. Bei Paris geht es den Vertrag noch bis 2025, also noch ein Jahr. Da hoffe ich so ein bisschen, dass wir da was machen können, weil den würde ich sehr gerne nochmal bei mir haben. Ansonsten auch hier, der einzige, der möglich wäre, wäre hier Alain Monti. Der ist allerdings auch 16, also der könnte nicht sofort zu uns wechseln. Dann nehme ich den auch raus. Die bleiben ja alle auf meiner Jugend-Shortlist, aber momentan, ich brauche halt den Spieler sofort und nicht erst in zwei Jahren. Bohan Aydin, an dem waren wir auch mal interessiert. Und der hat sich aber auch nicht wirklich weiterentwickelt, glaube ich. Nicht großartig. Hat überall noch sehr, sehr viele Defizite, finde ich. Gut, mit 18 darfst du die natürlich haben. Wir können jetzt nicht erwarten, dass jeder Spieler, den wir uns holen, so krass mit 18 ist wie Nukiio. 100 Millionen Ausstiegsklausel bei Navarro. Hui. Joshua, wie hoch war deine Ausstiegsklausel? 36 Millionen. Bei Lada Sabal war die, oder ist die Ausstiegsklausel 20,5 Millionen. Ja, sieht nicht schlecht aus, aber es ist halt alles richtig, richtig viel Geld und wenn ich mir jetzt halt hier einen Jugendspieler für 20 Millionen hole, dann habe ich halt kaum noch Geld übrig für die anderen. Also der Plan, den ich mir eben ausgedacht habe, mit Jugendspieler holen, schon mal, ich glaube, der ist schon mal ordentlich gescheitert. Den können wir rausnehmen, der wird einfach viel zu teuer. Ja, okay, ist dann doch nicht so einfach, wie ich dachte. Ich bin aber trotzdem mal gespannt, ob gleich was mit United kommt. Ich bin im Hinterstübchen so ein bisschen am überlegen, ob ich da was machen würde. United ist halt krass, ist eine krasse Mannschaft, die wirklich instant mit uns Meister werden könnte bei dem Kader, den sie hat. ich hätte schon Bock drauf, weil da könnten wir uns mal eine richtig krasse Mannschaft zusammenbauen. Ist halt auch seit 2013 nicht mehr Meister geworden, also seit elf Jahren nicht mehr. Hat er den Anschluss ganz schön verpasst, nachdem man Sir Alex Ferguson ja gut gehen hat lassen, ist ja halt das falsche Wort dafür, nachdem man halt sich getrennt hat, sagen wir es so, nachdem die Zeit vorbei war. Ich meine, Mourinho war jetzt auch nicht unerfolgreich, der hat was geholt nochmal, der hat den FA Cup geholt, Europa League 2017, EFL Cup 2017 und 2016 das Community Shield. Also seit wir den Safe haben nur den FA Cup gewonnen. Wäre schon interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt ist Bayram Bekdash neuer Top-Fuhrie von Göstippe, die ja überraschend Meister geworden sind. Wo sind die dieses Jahr gelandet? Sind die schon wieder Meister geworden? Die sind schon wieder Meister geworden? Kollege, irgendjemand hat mir gesagt, dass es unfassbar unrealistisch war, dass Göstippe halt Meister geworden ist. Es ist schon wieder passiert. Es ist schon wieder passiert. Oh Gott, ey. Siehst du, die anderen Lingen habe ich mir gar nicht angeschaut. Bundesliga. Ich glaube, da ist Leverkusen Meister geworden. Genau so ist es. Drei Punkte vor Wolfsburg. Deutlich vor den Bayern mit acht Punkten. Schalke ist auf vier. Abgestiegen sind Darmstadt und Freiburg. Augsburg muss Relegation spielen gegen Eintracht Frankfurt, die dann logischerweise in der zweiten Liga auf Platz drei gelandet sind. Kiel und Union direkt hoch. Düsseldorf wird auf vier und fünf nicht aufgestiegen. Uerdingen und 1860 sind abgestiegen. Lautern muss in die Relegation zwischen der zweiten und der dritten Liga, die zwischen Lautern und Duisburg ausgetragen wird. Braunschweig und Regensburg hoch. Dortmund zwei abgestiegen mit Unterhaching. Joa. Ich glaube, Championship haben wir geguckt. Skyward League 1, da ist Wigan gegen Charlton in dem Finale der Playoffs. Ipswich hoch, Peterborough hoch und in der Championship sind jetzt Stoke und Brighton im Finale der Playoffs. Den könnten wir immer scouten. Auch wenn wir eigentlich bei den Stürmern auf Jahre hinaus gut aufgestellt sind mit Villas-Boas und Ukeo. La Liga ist Real Madrid Meister geworden vor Barca vor Atletico vor Valencia. Getafe, Osasuna und Zaragoza sind runter. Milan ist Meister geworden in der Serie A. Der mit zwei Jahren hintereinander kein Meister der Juve heißt. Juve auf zwei, Inter auf drei, Atalanta auf vier. Nicht schlecht. Wobei, wobei, sorry, 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 sorry. Ist noch gar nicht durch. Uh, ist noch gar nicht durch. Juve spielt gegen Genua und Milan spielt gegen Milan? Hallo? Ach, die spielen den Tag vorher. Gegen Empoli. Könnten da also schon Meister werden. Wir beobachten den Fall. Liverpool hat das Europa League Finale 4 zu 0 gegen die Spurs gewonnen. Wir bekommen insgesamt 7,2 Millionen für die TV Gelder in der Euro League. Ich würde gerne ein bisschen mehr Geld haben. Oh, bei Liverpool wurde auch ein Trainer entlassen anscheinend. Trotz Sieg oder er ist gegangen, um vielleicht bei United anzuheuern. Liverpool ist frei. Okay, das ist super interessant. Ja, Roger Schmidt wurde entlassen. Also, war nicht freiwillig. Hmm. Intra-Desting. Sehr Intra-Desting. Kennt überhaupt noch jemand das Intra-Desting-Meme? Wahrscheinlich nicht, ne? Na gut. So, äh, guck mal, hier. Big Mal hat sie eben die Freigabe erhalten. Zuvor gescoutet, aber ich glaube, der ist nicht auf Schautlist. Ne, sieht nicht so aus. Ja gut, das, das kann man sich dann auch sparen, ne, als hier Mr. Scout. Ne, das brauchen wir alles hier gerade nicht. Schade. Aber wenn es halt passiert, dann sehen wir es dort in den News oder halt, dass wir direkt eine Mail bekommen, aber eher sehen wir das dort. Gehälter im Verhältnis zum Umsatz in der Premier League. Da sind wir mit 29% auf Platz 20, weil wir wenig Umsatz haben anscheinend. 80 Millionen Gehalt, Einnahmen, 274 Millionen Gehalt zu Umsatz sind 29%. Okay, was hat Bristol an Einnahmen? 149, was hat denn Watford an Einnahmen? Okay, die haben weniger und die zahlen mehr Gehalt zum Umsatz. Also niedriger ist ja besser, ne? Jo, natürlich ist ein niedriger besser. Okay. Boah, habt ihr den Balken bei City gerade gesehen? Er springt schon fast den Bildschirm so weit geht er nach rechts. Einfach nur, weil die halt von dem Scheich komplett die Kohle in den Arsch geschoben bekommen. Ei, ei, ei. Ich weiß, wir machen gerade gar nichts, ich glaube, ich werde mal einen kleinen Cut machen, damit wir jetzt hier nicht die ganze Zeit rumhängen und nichts machen. Ich schaue noch kurz, was jetzt Milan in der Serie A gemacht hat. Oh, Milan hat verloren. Nein. Oh, Milan. Gegen Empoli. 3-1. Oh, rote Karte. In der achten Minute von Luis. Ach, du Schande. Elf Prozent Kondition. Ja, nice. Wie kann der Typ noch leben? What the fuck, ey. Oh, Milan, das kann nicht euer Ernst sein. Und Juve muss jetzt gegen Genua. Komm, das müssen wir uns anschauen, was die machen. Das müssen wir uns echt anschauen. Oh, Milan, ey, das, oh, das kann nicht wahr sein, ey, das kann nicht euer Ernst sein. Oh, am letzten Spieltag gegen Empoli. Ich will gar nicht wissen, wo Empoli ist, aber ich gucke nach. Empoli ist auf 12. Juve muss gegen Genua, die auf Platz 17 sind. Ein Unentschieden reicht denen nicht. Es muss ein Sieg werden. Komm, wir gucken mal kurz rein. Milan, ne, 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 ne. Sehr interessante Aufstieg bei Genua. 4, 2, 3, 1 bei Juve. Können wir hier nur Tore oder so sehen, please? Nur Kommentar, ja, sollte passen. Müssen wir halt umstellen für das nächste Spiel. Komm, gucken mal kurz. Jedenfalls die erste Halbzeit oder so, ne? Oh, wie bitter halt, ne? Also unentschieden reicht denen nicht. Es muss wirklich ein Sieg werden, aber ein Tor reicht denen, ja. Oh, Milan, ey, das kann nicht euer Ernst sein. Sobald es unten blinkt, ist ein Tor gefallen. Genua ist aber sogar ein bisschen besser, ne, als Juve. Also die machen mehr. Ich sehe auch unten deutlich mehr von Genua als von Juventus. Genua auch mit deutlich mehr Ballbesitz. Ich guck mal gerade noch so nebenbei. Guck mal, Ronaldo nur auf der Bank. Was man so hat. Adonair ist mittlerweile bei Genua gelandet. Unas auch. Oh, was ist das? Geiles Highlight. Oh, Geil! Was ein Highlight! What the fuck, ey? Ach, FM, ich lieb dich, ey. Ach, guck mal, Maxi Wirber ist auch bei Genua, sehe ich gerade. Was hat der mittlerweile für Marktwert? Da, gucken wir gleich mal nach. Doppelwechsel bei Juve, Pjanic und Fornello kommen rein. Aber Juve tut sich super schwer, die haben jetzt mehr Schüsse, die kommen auch langsam ran, aber Genua hat mehr Ballbesitz. Also eigentlich müssten sie jetzt mal, jetzt muss halt das Tor kommen. Die werden noch nicht etwa unentschieden spielen und Milan wird doch Meister? Oh, viel Zeit ist nicht mehr. Werden die das echt nicht schaffen gegen Genua? Die knapp nicht abgestiegen sind dann. Oder steigen sie etwa damit ab? Oh, da gab es wohl gerade noch eine Entscheidung. Oh, Oh, Genua führt gegen Juventus und Juve wird nicht Meister, obwohl Milan halt wirklich Punkte liegen lässt gegen Empoli. Oh, Juve gleicht aus. Juve gleicht aus, Cancelo in die Mitte und dann ist es ein Eigentor, weil Mattiello den Ball ins eigene Tor rein macht. Nachspielzeit ist nicht mehr für Juve. Nachspielzeit ist eigentlich abgelaufen. Mal schauen unten, es geht schnell, Freistoß nochmal für Juve. Aber das war's, Juve wird doch nicht Meister, obwohl Milan die Punkte liegen lässt. Punkt gleich am letzten Spieltag, nach dem letzten Spieltag. Genua trotzdem knapp nicht abgestiegen. Die werden halt mit dem Niederlack auch abgestiegen. Krass. Krass, krass, krass. Salernitana hätte sogar noch den Klassenerhalt schaffen können. Oh Milan, habt ihr ein Schwein. Holy fuck. Unglaublich. Unglaublich. Wow. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass hier haben. Aber habe ich gerne angenommen. Alter. Ei, ei, ei. Boah. So, Maxi Wöber. Mittlerweile ein Marktwert von 3,1 Millionen. Hat sich leider nie so wirklich durchsetzen können. Es dem hier ist auf unserer Shortlist. Tanchis auch. Arthur glaube ich nicht. Finocci schon. Boah, der krassen Marktwert jetzt schon. Ja, gut. Okay, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Cut. Machen dann nochmal 20 Minuten gleich nach dem Cut. Und vielleicht gibt es schon mal irgendwo einen Spieler, der auf die Transferliste gepackt wurde. Oder dass wir vielleicht schon verkauft haben. Mit Glück. Weil viel können wir aktuell leider nicht machen. Einladung zur Frankreich-Tour. Dass wir dann gegen Grenoble und Ajaxio spielen. Bekommen dafür absolut gar nichts. Aber Bekanntheitsgrad in Frankreich wird erhöht und könnte sich lukrativ auf Merchandising und Sponsoring auswirken. Und da wir mit Chimpambe und Nukio zwei Franzosen haben, könnte man das vielleicht mal machen, dass die Franzosen sich denken, Portsmouth Beste. Wäre doch ganz nett eigentlich. Wie sieht es denn eigentlich aus bei den Nationalmannschaft Jungs? Spielen die auch mal? Ne, aktuell nicht. Wann ist denn das nächste Spiel für Nukio? Ich glaube der wird so oder so zur EM fahren. Die spielt am 5. 6. gegen Bosnien und dann am 8. gegen Serbien und am 17. 6. beginnt die Euro. Schauen wir uns mal die Gruppen noch fix an. Niederlande, Norwegen, Spanien, Tschechien. Oh, das ist eine interessante Gruppe. Aber ich glaube Spanien und die Niederlande werden sich da schon durchsetzen. Dänemark, Österreich, Schweiz, Ungarn. Schwer zu sagen, wer da wohl on top rauskommen wird. Belgien mit England, Russland und Schottland. Ich glaube Belgien, England ist eine klare Sache. Irland, Portugal, Schweden, Slowakei. Portugal, Schweden würde ich schon sagen, dann Frankreich, Polen, Ukraine, Wales. Also wird Nukio gegen unter anderem Chris Matham spielen. Dann Gruppe F mit Deutschland, Italien, Kosovo und Serbien. Oh, das wird gefährlich für Deutschland, glaube ich. Ich glaube Serbien ist immer gut irgendwie im FM bei internationalen Turnieren. Mal schauen, ne? Ich mache einen kleinen Cut, gehe ein bisschen nach vorne und vielleicht ergibt sich dann noch was Neues. Also bis gleich. Wir sind zurück. Wir sind mittlerweile am 29. Mai und haben bisher nicht so viel wirklich geschafft. Wie erwartet kamen aber ein Vorstellungsgespräch. Jedenfalls die Möglichkeit rein bei uns für United und ich würde sagen, wir reden mal mit denen. Kostet ja nichts. Wir gucken einfach mal, was die so wollen und ich bin immer darauf bedacht, eine coole Mannschaft zu haben. Ich habe vor allem dieser Größe bereits trainiert, würde ich jetzt so nicht sagen. Das wäre irgendwie ein bisschen falsch, aber so groß sind die Unterschiede mittlerweile auch nicht mehr. Also, wir trotzen allen Erwartungen, weil ich einen guten Job gemacht habe, so einfach ist es. Ich kann gut mit der Presse umgehen, das ist lange her. Der Verein sucht nach einem Kandidaten, der die Erwartungen in den Wettbewerb erfüllen kann. Oh, ich muss kurz noch auf eine Szene schauen, weil gerade läuft der Camino T-Shield. Ja, ich nehme die Folge wirklich sehr, sehr spät auf. Sorry. Was unserem letzten Trainer nicht gelang, sind sie zuversichtlich. Immer. Immer. ich werde auch ewig bleiben, wenn ihr wollt. Zwei Jahre. Und hier sollten wir keine Änderung vor dem Amtsentritt haben. So, man möchte anscheinend nichts Speziertes spielen, also keine Philosophien haben. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und keine bestimmten Erwartungen bisher, weil es dadurch auch kein Budget gibt. Mal schauen, was da rauskommt. Wir reden hier natürlich nicht mit den Medien, weil das macht man nicht, wenn man gerade bei einem Job dabei ist. So, was gibt es hier noch? Nichts, schade. Ich habe aber gesehen, wir haben noch den einen oder anderen, der jetzt wirklich endgültig für die Euro nominiert sind. Das sind die beiden Dänen bei uns mit Lasse Dahl und Frederik Nörrestrand. Auch Nokia ist für Frankreich dabei. Vila Spors ist für Portugal dabei und Chris Maffin wie erwartet für Wales. Also nur Nokia und Maffin werden aufeinandertreffen auf jeden Fall. Je nachdem, wie weit die natürlich kommen, aber das ist schon mal klar. Mit Frankreich und Wales in Gruppe E. Das Problem, was wir momentan haben, ist, wir haben gar nicht so viel Geld, dass wir auf jeder Position oder auf jeder Shortlist, die wir jetzt haben, was machen könnten. Ich hätte echt sehr gerne diesen Enori Walter, Walter, was auch immer. Das Ding ist aber, halt, wenn ich ihn für 35 Millionen kaufe, dann habe ich kein Geld mehr für die anderen. Ja, wir brauchen einen Rechtsverteidiger und ja, er wäre perfekt, aber ich habe dieses Geld halt eigentlich nicht, wenn ich noch andere Positionen ausfüllen möchte. Das ist ein Riesenproblem leider bei uns, weshalb es schade ist, dass wir so wenig Geld bekommen haben. Ich gucke mal noch mal kurz rein, ob man vielleicht mittlerweile anfragen könnte, ob man noch mehr Geld bekommen würde oder halt das Budget erhöhen könnte. Können wir nicht, wir können den Prozentsatz wieder hochschrauben, ich hoffe, das macht unser Vorstand auch. Ja, macht es auch. Wurde ja ursprünglich nur runtergesetzt, weil wir zum Ende hin wirklich der Saison wenig an Geld hatten, weil wir dann auch die Nokia Klauseln zahlen mussten an Monaco. Da ging das alles richtig mächtig nach unten. Wir waren aber glaube ich nie im Minus die letzten Jahre. Portsmouth schlägt neue Gespräche für einen Verbleib vor. Ich möchte dann aber mehr Geld haben. So einfach ist es. Ich möchte mehr Transferbudget haben und zwar etwas mehr und mehr Gehaltsbudget und da schon deutlich mehr. Sonst habe ich keine weiteren Vorschläge können sie nicht machen. Das ist natürlich super schade. Ich hatte mir ein bisschen erhofft, dass es gerade dadurch jetzt vielleicht geht. Suarez wird anscheinend seine Karriere beenden am 15. 10. Okay, ist ein bisschen sehr krumm. Und United möchte uns haben. Transferbudget 202 Millionen, Gehaltsbudget 5,5 Millionen. Das ist sehr interessant. Ich muss mal kurz für mich selbst überlegen, ob ich das möchte. Also, United ist ein interessanter Verein. Die waren schon mal extrem erfolgreich, mittlerweile nicht mehr so. Platz 2 ist nicht so schlecht gewesen dieses Jahr. Letztes Jahr, sorry, Platz 7. Letzter Titel war 2013, bis sie dann irgendwo noch ein FA Cup dabei, ne? Ich glaube jetzt gerade, ne? FA Cup. Europa League 2017 natürlich. Und dieses Jahr FA Cup, okay. Was haben sie denn so an Mannschaft? Die haben immer noch Pogba und Tejea. Beide aber mittlerweile schon in ihren 30ern. Ousmane Dembélé hat man Rashford, Hazard, Luz Cook, Tejero, Tonali, Ruben Neves, Kondogbia. Also ich würde schon die Mannschaft deutlich verjüngen wollen. Auch Sotobi würde dann gehen, Lukas würde gehen, Kondogbia würde ich gehen lassen. Azab, kann bestimmt noch pushen, weil er ist einfach ein Wildklassespieler. Rashford 26 wäre ein super interessanter Stürmer. Dejea würde ich auch noch lassen. Pogba vielleicht müsste man gucken. Mit Dallor auch einen richtig guten Rechtsverteidiger, Lozano Rechtsaußen, Dolberg Hartmann, viele Stürmer, dann hat Bernd Chilwell als Linksverteidiger genauso wie Emerson, dann Nilo für beide Seiten, auch noch ein junges Talent und 202 Millionen, dafür könnte ich mir Panagopoulos und Nokia auf jeden Fall kaufen. was ja meine Mannschaft ich habe dieses Jahr schon ehrlich gesagt finde ich fast das Maximum rausgeholt weil wenn ich mal ganz ehrlich bin gut was heißt die ganz ehrlich das klingt so als ob ich mir das nicht eingestehen möchte ich habe es ja sehr oft gesagt es war halt einfach so dass wir oft super viel Glück Karten einfach nur dass wir dann auch Siege geholt haben obwohl in dem Spiel normalerweise gar nichts ging oder wenig ich möchte ungerne auf Panagopoulos und Nokia verzichten Chapman weiß ich nicht so wirklich aber der würde wohl nicht so viel kosten und Benes ja ich glaube da gibt es auch andere Innenverteidiger die man sich holen kann wie das Borst wäre weiterhin ein guter Ersatz für Nokia wenn der dann mit uns mit wechseln würde und Thorne würde ich glaube ich auch mit nehmen also Thorne Nokia und Pana würde ich mit nehmen das Gesamtpaket wären ziemlich sicher 240 Millionen wenn nicht sogar mehr United ist ein interessanter Verein wir würden halt dieses Jahr dann nicht Champions League spielen sondern nur Europa League hätten da aber natürlich die größeren Chancen auf den Titel das erste Jahr wäre höchstwahrscheinlich ein Findungsjahr plus ein Jahr wo wir gucken müssten wie wir den Kader perfekt strukturieren für 2025 was hat denn United noch so wir haben in die U23 nicht reingeschaut da haben sie noch Luke Shaw der Vertrag läuft aber aus Dean Henderson der Keeper Neil Mojo ist anscheinend ein sehr gutes Talent also ich bin ganz ehrlich zeug ich hätte schon ein bisschen Bock ich hätte aber auch Bock ehrlich gesagt auf Portsmouth und dann noch einen Titel zu gewinnen allerdings ich weiß nicht wie schwer das dieses Jahr wird oder das nächste Saison weil wir haben nicht wirklich viel Geld für Premier League Verhältnisse wenn ihr euch anschaut United hat halt 202 Millionen und wir haben halt 56 und halt kaum Gehaltsbudget wir werden halt verkaufen Sansone werden wir verkaufen der wird ein bisschen was bringen Dale Fry sollte ein bisschen was bringen vielleicht wird auch Leo Santos verkauft je nachdem aber ich glaube ein Riesensprung nach vorne in Sachen Gehaltsbudget und Transferbudget werden wir leider nicht machen können weil dafür sind die Marktwerte dann auch teils zu niedrig bei den Spielern die wir verkaufen wollen also bei Lee werden wir auch nicht den Wert bekommen wenn man jetzt rechnet ganz grob halt das wären hier 15 Millionen nehme ich Tapia kann ich mir nicht vorstellen dass wir denen für viel los werden vielleicht würde ich den nur verleihen sagen wir mal nur ein knappes Ding auf 50 Millionen Lacedal 60 Millionen aber das muss halt auch alles klappen dann und Leo Santos oder Frey dann 60 Millionen hätten dann 120 Millionen für richtig viele neue Spieler die dann halt auch richtig richtig viel Geld kosten wir haben halt ein super super Grundgerüst bei Portsmouth mittlerweile Nokia und Panagopoulos sind auf Jahre hinaus Top Spieler die ohne Verletzung wenn sie ohne Verletzung bleiben halt krassest Spieler ever werden wer ist eigentlich interessiert Milan Juvo Napoli und bei United kann man halt noch mal ein bisschen mit Geld um sich schmeißen ist die Frage ob wir das wollen die Herausforderung ist auf jeden Fall logischerweise deutlich größer bei Portsmouth das ganze Ding zu Ende zu machen ich muss mal kurz eben bei nochmal schauen wie das letztes Jahr auch sah in der Umfrage das damit ich da noch einen gewissen Anhaltspunkt habe war das die hier geht zu den Spurs ich muss gucken März 11 kommt es hin irgendwie nicht oder was habe ich noch so ich weiß nicht ob das hinkommt ich hätte jetzt eher gesagt nein dass die City Umfrage am 10 Juni kommt gibt mir da ehrlich gesagt mehr recht also gucke ich mir die andere Umfrage an während bravo gerade Nölfmeter gehalten hat Juni 16 war das da war es mittlerweile jetzt also haben natürlich noch einige gewartet 35 65 vote für wir bleiben bei Portsmouth 72 Leute wollten dass wir zu Tottenham wechseln ist immer so eine Sache bei Verein beim Wechsel du kannst es halt keinem recht machen am Ende des Tages ich habe zwar gesagt dass die Umfrage die letzte sein wird bei den Spurs aber ich glaube ich würde noch mal eine aller aller letzte machen dann weil ich weiß nicht ob wir wirklich noch mal was gewinnen können wenn die Finanzen halt dann doch nicht so hoch gepusht werden hätte man jetzt halt nicht die Trainings und Jugendeinrichtung erhöht hätte man noch mal ein bisschen mehr Geld haben können aber das ist natürlich auch die Herausforderung bei United da bin ich mir sicher werden wir dann auf jeden Fall noch was gewinnen bei Paul Smith ist es nicht sicher also ich weiß nicht wie gut wir nächstes Jahr sein können dieses Jahr haben wir am Ende hin komplett verkackt noch Platz 2 nach Hause geholt und wir würden natürlich durch die Champions League noch ordentlich Geld bekommen ich weiß nicht ich weiß nicht wie verschieben es erstmal das geht ja so oder so klar und machen es ein bisschen nach vorne ich überlege mal nebenbei noch so ein bisschen man möchte neue Zukunft oder weitere Zukunft diskutieren möchte einen Vertrag haben Panna red mal bitte mit ihm ich hab keinen Bock haben momentan kein Geld nimmt er an immerhin ich will jetzt nämlich auch gerade gar nicht ich muss überlegen ob ich eine Umfrage starte nochmal eine aller allerletzte aber danach ist dann wirklich Schluss also ist jetzt wirklich die letzte Chance wenn dann noch immer irgendwie eine interessantere Aufgabe kommen sollte dann darf ich dann wirklich nicht mehr weil dann muss das Wort endgültig sein ich kann euch nicht immer wieder einen Vorliegen oder so Juve Vorstand ach ja gut wir sind dann natürlich logischerweise so oder so Favorit wenn wir schon das Job Angebot bekommen haben Bremen ist auch frei wollen wir dahin gehen Liverpool ist ja auch frei stimmt aber die wollen wohl eher Luis Enrique haben ich müsste auch die ganzen Mitarbeiter machen aber gut ich glaube das ist nicht so schlimm Transfer Fenster öffnet am 9 also es wäre auch noch genug Zeit schön den Kader zu analysieren und zu strukturieren alles zu machen ihr wisst schon das Toulon Ding wenn wir auch mal wieder Scouting so viel Zeit muss sein auch wenn man vielleicht den Verein verlassen wird und wie das Burs ist auf Platz 2 bei Young Player of the Month gelandet warum auch immer ehrlich gesagt das größte ding weshalb ich jetzt halt diese ganzen Gedankengänge habe ist halt warum haben wir jetzt so wenig Geld bekommen obwohl wir so unfassbar krass perform obwohl wir jetzt auch schon Champions League Geld der Gruppenphase sicher haben warum können wir da nicht einfach ein bisschen mehr Aufschub bekommen auch wenn wir gefragt haben weil ich möchte den Kader nochmal komplett umstrukturieren ok und jetzt wird es natürlich richtig gefährlich wenn jetzt auch Liverpool reinkommt und uns da auch noch ein Job Angebot machen würde ja gut hallo ich bin immer sehr loyal gewesen das stimmt halt sogar dieses mal und so groß sind die Unterschiede nicht das müssen es auch unbedingt ändern die ganzen Vorstellungsgespräche die sind so hingeschissen ehrlich gesagt man weiß halt einfach was man klicken muss und kann hier durch marschieren muss ich mir nur kurz den Elfmeter anschauen so ich habe immer die Erwartung erfüllt eigentlich bin voll zufrieden bin voll ständig zufrieden mit dem mit den Mitarbeitern bei Michael Edwards ja es sei jetzt wurscht ob die einen Sportdirektor haben oder nicht auch die haben keine Philosophien und keine momentan Erwartungen auch was dann halt Transfer und Gehaltsbudget angeht dann gucken wir mal ob die dann auch wollen weil wenn dann wird es natürlich noch schwieriger da eine Entscheidung zu treffen ich sehe das schon kommen ich mache dann nur Umfrage ob es United Liverpool oder Portsmouth sein soll und dann 30% 36% und der Rest dann das wirklich genau 33 33 33 bitte nicht und das 0,00000 00001 ist dann halt was andere hilfe gerade die phase ist es ja aktuell die uns so schwer macht weil wir könnten als richtig schön geiler einkaufen hätten 202 millionen wie bei united das wäre richtig schön gewesen ich gucke gleich mal auf die scouting seite ob da was steht vielleicht ist ja mittlerweile jemand drauf ansonsten bis zum neunten warten wir auf jeden Fall noch in dieser Folge gucken ob da vielleicht jemand drauf geschmissen wurde auf die transfer liste ansonsten müssen wir uns mal was überlegen was wir so machen wollen die optionen sind jetzt da also ist ja nicht unsere leihspieler sahen dieses jahr so aus leider hat mit nur sechs spiele gemacht bevor seine verletzung dann zugeschlagen hat zwei tore hat er gemacht momentan ist er nur noch ein bis vier tage verletzt also wir könnten ihn vielleicht verkaufen allerdings viel geld wird er nicht mehr bringen nur zwei vorlagen in 34 spielen und kane welch hat 49 spiele gemacht drei tage zwei vorlagen da hat sich das auf jeden fall gelohnt ihn zu verleihen walter würde 38,5 millionen kosten das ist halt so so viel geld aber ja er würde es auf jeden fall wert sein aber wie gesagt es wäre über die hälfte unseres transfer budgets und dann haben wir noch so so viele positionen frei die wir halt besetzen wollen da habe ich gerade gesehen dass Arsenal die Champions League gewonnen hat da wir die ja nicht abonniert haben kriegen wir das beiläufig mit aber es sieht so aus Arsenal hat die Champions League gewonnen den ersten Titel und das mit einem 2 zu 0 gegen Barcelona wen haben die denn mittlerweile so Ter Stingo und Rio Sola im Titi hat man immer noch Gaia hat man immer noch und bei Gaia hat man nicht immer noch das ist falsch der ist Neu Bentancur Mbappé Havertz Ortiz hat nicht gut performt Sergio Roberto Camerain Bernardo Silva ok Buskitz lebt auch noch anscheinend Dani Olmo hat man der auch auf unserer Shortlist im übrigen ist und Nakia Walker möchte nicht wechseln der möchte lieber in der hauseigenen U23 versauern komplett unverständlich wenn bis zum 9. übrigens dann auch kein Jobangebot von Liverpool drin ist werden wir dann auch so oder so aufhören also ich werde jetzt nicht noch warten auf Liverpool die könnten dann auch zu spät kommen aber ich weiß wie ich das mache ich bin die ganze Zeit am überlegen ich hoffe ihr hört das irgendwie rauchen aus meinem Kopf was kann man da noch machen ich rieger als mit man united oder halt liverpool bei liverpool hätten wir dann halt sogar noch pelegri wäre schon krass so was gibt es jetzt hier noch so neues südkorea hat lee kangen nominiert genauso wie panagoplos für griechenland nominiert wurde das aber halt nicht für die euro wir verschieben das noch mal eine woche aber länger dürfen wir auch nicht mehr thorn möchte auch neuen vertrag haben würde ich gerne aber wir haben momentan kein geld immerhin nimmt das an weil ihn würde ich ja dann halt gerne holen ich möchte wirklich nur kio pana und thorn mitnehmen alle anderen sind mir egal nicht egal aber auf alle anderen kann ich locker verzichten und würde portsmouth auch ungern komplett kaputt kaufen das wäre ein bisschen sehr asozial würde ich nicht vor allem nachdem ich halt so viel aufgebaut habe so das transfer fenster ist geöffnet und liverpool hat sich allegre geholt und damit ist es jetzt nur noch manchester united die bei uns auf der matte stehen gut auf die leihliste das war nicht oder auf die transfer liste gesetzt für 56 millionen ist ein bisschen sehr viel hier leihliste brauchen wir auch nicht juck jetzt brauchen auch nicht die moverne auch nicht ich möchte auch nur wissen ob von mir gescoutete spieler auf die transfer liste gepackt wurden aber es sieht nicht so aus ja was machen wir jetzt ist die ganz große frage rabios auf der transfer liste für 44 millionen das ist halt so so viel asche wäre auch schon wieder fast das komplette budget ne kann man sich eigentlich nicht leisten keiner bei den dms unter 22 bei den in verteidigern die stamm spielen sollten es auch keiner drauf bei den oms ebenfalls nicht ich glaube das wird sich leider auch so durch ziehen jetzt bis auf die eine mit rabiot hier wird noch hier wird nicht mal rollant drauf sein weil wir den schon gestrichen haben auch hier ist keiner drauf bei den rechts verteidigern große hoffnung dass da mehr als jetzt nur in walter drauf ist ist es aber leider nicht auch dort ist der preis weiterhin gleich gebring aber sind viele interessiert wie ihr gerade rechts gesehen habt so ja okay also die einzigen die auf der transfer liste sind sind walter und Rabiot na gut können wir nichts machen also was machen wir jetzt die frage ist halt gehen wir zu manchester united ich würde sagen wir machen eine aller 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 letzte umfrage wirklich jetzt mit 100%iger wahrscheinlichkeit die letzte umfrage also wenn jetzt mal irgendeine andere feine ankommt ja essen dürfen wir nicht außer wir werden natürlich gezündet aber werden wir hoffentlich nicht ich werde eine letzte umfrage machen also pros und kontras ja pro bei portsmouth ist halt dass wir halt schon die ganze zeit da sind wir haben interessante spieler wir haben nokio panagopoulos und thorn die auf jeden fall auch bei uns bleiben werden wir haben ein paar interessante talente vielleicht noch bainess ist ein guter chapman könnte vielleicht noch interessanter sein wobei der nicht an nokio vorbeikommen wird wir versuchen mit dem kader das möglichste wir sind eingespielt wir kennen die stärken aller spieler eigentlich mittlerweile und haben halt hier einfach was aufgebaut kontra bei portsmouth ist halt ganz klar wir kriegen momentan leider nicht genug geld wissen nicht ob das durch die champions league vielleicht besser wird und können uns dieses jahr auf jeden fall nicht so verstärken wie wir wollen also müssen viele viele für ein gutes budget verkauft bekommen wird nicht passieren wird also auch nicht auf viel geld für uns hinaus laufen und wie gesagt die top drei spieler bei uns die möchte ich nicht verkaufen sonst gibt es wenig kontrast bei portsmouth wir wissen halt nicht wie es dann aussehen wird nächstes Jahr der kader hat dieses jahr schon sehr sehr gepusht und deutlich über der eigenen Leistung performt also nächstes jahr wird es denke ich mal nicht Champions League werden wenn man realistisch denkt vielleicht wird es klappen aber Europa League ist dann eher das zählt je nachdem wie es in der Champions League läuft Ausgang ist komplett ungewiss weil wir halt nicht wissen wie viel wir machen können und ob die gut performen sprich wenn ich jetzt halt anstelle von den sag ich mal acht sind glaube ich neun Spielern dann nur vier holen kann werde dann natürlich mich erst mal auf die Stammspieler konzentrieren wie den ZM den Innenverteidiger und den OM wenn die dann nicht performen wird es noch schwieriger ich weiß es nicht wir wissen nicht wen wiederholen sollen es ist sehr schwierig mit dem Geld wenn allein Rabiot und Walter schon komplett das Gefühl gesprengen würden und bei United Pro ganz klar wir haben Asche wie sonst was wir würden sofort den Kader zusammenstellen können immer in jeder Transfer Periode den wir haben wollen wir haben so oder so schon sehr interessante Spieler würden uns versuchen auf jeden Fall alle drei mit Thorne Panagoplos und Nokia sofort zu holen in einer Transfer Periode die Chance dass das klappen wird liegt bei ungefähr 70% weil ich würde sagen das wird extrem teuer aber es ist auch sehr wahrscheinlich dass wir die alle bekommen wollen oder würden mit dem Budget was United so oder so schon hat und dann halt mit den Spielern die abgehen werden durch uns zum Beispiel wie was haben wir gesagt Tobi beispielsweise auf 155.000 würden da wegfallen Prozentvertrag läuft auch aus Luke Shaw auch das würde da schon mächtig nach oben schießen das Transferbudget und Gehaltsbudget weshalb ich schon glaube dass die drei Topspieler bei uns drin sind ansonsten wir würden wohl höchstwahrscheinlich relativ fix um Titel kämpfen vielleicht schaffen das sogar nächstes Jahr gleich Wettbewerbe sind ja deutlich gesät also Erfolg ist eigentlich in sehr aussichts barer Nähe sagen wir es so Kontraste bei United sind klar es ist es wird einfach einfacher sagen wir es so es wird nicht einfacher es wird einfacher als bei Portsmouth weil mehr Geld bessere Spieler so oder so schon und vielleicht wird es dadurch ein bisschen langweiliger ich weiß es nicht also ich finde Erfolg cool mir macht es Spaß aber ich weiß nicht wenn ihr denkt der soll mal nicht jedes Spiel gewinnen der soll mal richtig hart fighten muss ja nicht unbedingt Titel gewinnen dann vielleicht eher nicht ich meine ich möchte so oder so gewinnen wenn ich bei Portsmouth bleibe versuche ich die Liga zu gewinnen mit Portsmouth wenn ich zu United gehe versuche ich die Liga zu gewinnen mit United so einfach ist es für mich ja und sonst Kontras wir lassen halt Portsmouth dann zurück und würden halt Portsmouth auch schwächen wenn wir halt die drei Topspieler wegkaufen aber das das war es dann im Prinzip schon also ich hau mal eine Umfrage in die Beschreibung rein ich bin mir ehrlich gesagt selbst nicht so sicher weshalb ich halt die Umfrage brauche es wird wieder so 60-40 sein wenn ich mir denke okay das machen wir dann werde ich mir da schon einen guten Vorsprung sage ich mal in die Umfrage mit reinrechnen so paar Prozente jetzt nicht alles aber wenn es wieder so wird wie die letzte mit 65-35 ist die Sache für mich komplett klar dass wir bleiben also wenn es sagen wir mal 45-55% wären dann würde wohl noch ein bisschen von der Entscheidung von mir überschwappen also sprich wenn jetzt sagen wir mal der Verbleib auf 45% wäre und ich denke mir eigentlich möchte ich lieber bei Portsmouth bleiben dann würde ich höchstwahrscheinlich bei Portsmouth bleiben also es muss schon am besten so über 60% sein am allerbesten über 65 damit wir safe bei der Sache sind es wird wie gesagt die allerletzte Umfrage danach gibt es gar keine mehr wenn wir gezündet werden müssen wir nehmen wir eh den Erstbesten wahrscheinlich und sollte es dann irgendwann eine Gelegenheit geben wenn wir bei Portsmouth bleiben dass wir nochmal zu einem besseren Feind gehen haben wir dann nicht mehr übrig also es ist jetzt wirklich die allerletzte ich möchte dann nicht mehr diesen Joker noch ziehen und ja sagt mir was ihr dann so sehen wollt ich bin mir wie gesagt sehr unsicher und hoffe ihr könnt mir da ein bisschen helfen Umfrage ist in der Beschreibung ja in der Beschreibung ist die wieder dieser Straw Polling ihr müsst euch nicht registrieren für irgendwas bei der Umfrage oder so beim Voten müsst einfach raufklicken macht da einmal könnt euch die Ergebnisse so lange anschauen und dann ja wenn wir dann mal gucken ob wir bleiben oder nicht so oder so wird es dann schwierig wir müssen schnell planen dann und das sollte aber kein Problem sein also sehen wir uns dann am Mittwoch wieder vielleicht mit einem neuen Verein vielleicht mit Portsmouth ich weiß es nicht ich hoffe ihr wisst das was ihr wollt und schreibt es ne nicht schreibt es sondern votet in den Kommentaren Quatsch in der Beschreibung für das was ihr wollt ne also bis zum Mittwoch Tschö